Hallo ihr Lieben, hier ist die Susanna Mittermeier, super happy und auch ziemlich gerührt, berührt nach fünfeinhalb Tagen oder fast fünfeinhalb Tagen in Wien mit der pragmatischen Psychologie. Die pragmatische Psychologie war für mich immer schon so ein Traum, einen Wunsch in die Welt zu bringen, eine Welt zu kreieren, die wirklich für uns funktioniert. Und wo man nicht mehr dramatisch sein muss, weil, ich weiß nicht, ob ich das schon einmal entdeckt habe, aber in unserer Welt ist es ziemlich normal, dramatisch zu sein, es ist normal, ein Problem zu haben. Und Leichtigkeit, sich Leichtigkeit zu erlauben, ist nicht immer populär. Und ja, wir sind hier gerade mitten im Kurs und hier sind einer der genialsten Menschen, Hier sind einer der genialsten Menschen, die es auf diesem Planeten geht. Warum sage ich das? Weil das sind die Menschen, die den Mut haben, anders zu sein. Das sind die Menschen, die den Mut haben, pragmatisch zu leben, anstatt dramatisch. Weil, weißt du, wenn man in einer Welt lebt, wo es normal ist, dramatisch zu sein, wäre es das Allereinfachste, auch so zu tun wie alle anderen und sich auch so falsch zu machen wie alle anderen und auch so beschränkt und begrenzt zu sein, wie man halt hier sein soll und dann zu sagen, Moment mal, ich weiß was anderes, ich weiß, es geht auch anders und sich dieses Wissen nicht ausreden lassen oder abschwätzen lassen, das braucht schon einen riesengroßen Patzen Mut. So, wie ist es mit dir da draußen? Wie mutig bist du, dass du noch nie anerkannt hast? Und alles, was das nicht erlaubt, dass du das wahrnimmst, weißt, empfängst, für dich wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Wow. So, und dann war noch die Frage, was, weil ich da gerade diesen Dings da hinter mir habe, diesen Pfau, der so das Logo ist für die pragmatische Psychologie. Was macht denn der Pfau da? Warum hast du denn ein Pfau als Logo? Naja, der Pfau ist so ein Tier, der sich keine Sorgen macht, ob er empfangen wird und wie er empfangen wird. Und noch dazu hat er ein ganz klitzekleines, kleines Gehirn, was gut ist. Die meisten Menschen sind ein bisschen gehirnnah auf Haxen und machen sich unglaublich viele Sorgen, was richtig ist in ihrem Leben, was falsch ist, ob sie die richtige Entscheidung treffen. Und der Pfau, der macht es nicht. Der fühlt sich wohl, der fühlt sich hübsch und schön, zeigt seine Farben, zeigt seine Großartigkeit, stolziert durch die Welt, fühlt sich wohl und macht sich keine Sorgen, ob ihn jemand schön findet oder nicht, macht sich keine Sorgen, ob er empfangen wird und ist einfach großartig und genießt das. So, alles, was nicht erlaubt, dass du der Pfau auf Haxen bist, alles, was nicht erlaubt, dass du dich genießt mit deiner Großartigkeit und überall, wo du dir immer noch Sorgen machst, ob du empfangen wirst oder wie du empfangen wirst, überall, wo du Bewertungen relevant machst für dich, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, short, boys and beyonds. Und wie wäre es, wenn es jetzt Zeit ist, wirklich eine Welt zu kreieren, die für uns funktioniert, wo man sich nicht mehr Sorgen machen muss, ob man die richtige oder die falsche Entscheidung trifft, sondern wo man sich fragt, welche Wahl kann ich treffen, die wirklich für mich funktioniert und die eine Zukunft und einen Planeten kreiert, der für uns funktioniert. Und damit, meine Lieben, wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer bei dir gerade ansteht und ein Mua aus Wien. Glückwunsch! Würdup! Unzuverwirkäusch! Hallo! So ist das милли Design-Geräusche, So ist das Wallisisch! So will ich, dass wir hier sind die Stadt demain mal genutzt und ja mindsnen. Und jetzt lasst da Nachschauen. Neubden ist ja das, das freutig.